Yo Freunde, willkommen zum neuen Video. Ihr habt es alle mitbekommen mit Creative 2.0, was letzte Woche rausgekommen ist. Gibt es die Möglichkeit jetzt die alte Chapter 1 Map in Fortnite zu spielen in Creative. Und ich habe mir das Ganze mal ein bisschen genauer angeschaut. Wenn ihr das Ganze selber spielen wollt, ist hier irgendwo der Code eingeblendet. Könnt ihr einfach in Creative eingeben. Waren auf jeden Fall sehr, sehr geile Runden. Ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Und ich würde sagen, ohne dass wir hier lang rum rum reden, abfahrt viel Spaß beim Video. Zack. 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 Junge, ich mache ja Gewinn-Rekords. Most Kills, Junge. Shit on. Oh. Boah. Der war heftig. Oh. Okay. Dann gehen wir irgendwie von... Hä? Die ganze Web ist verpackt. Ich mache sieben Kills und es geht mit... Hä? Okay. Ja. Three Kills. Geiler Scheiß. Ja, only Sniper-Challenges oder was? Zack. Oh, dann noch für. Pass auf, was noch vor dem. Ui, ui, das ist nicht gut. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Schuss. Wenn wir den Mecki durchkriegen. Wenn ich das Mecki durchkriege, sieht es gut aus. Okay, okay. Nice, 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 nice. Wir müssen ja auch aus dem Haus unbedingt. Oh. Sehr gut. 70 Wild und du kommst jetzt zu mir hier. Wir müssen hier reinlaufen und werden abcampen. Okay, läuft weiter. Und tot. Let's go, let's go, let's go, let's go. Zack. Und ein Hit. Zack. Shit on. Oh mein Gott, ich hab den so gedribbelt eigentlich, ne? Da sitzt dann echt drin. Oh mein Gott. In die Lobby rein, Junge. Komplett geballert. Hä? Digga, ich kann aus dem Boden ausschießen. Was ist denn das? Hier ist irgendwo einer. Hier ist einer. Let's go. Der Dingo. Du bist eher in der Lobby. Haben wir da. Ab. Oh, wir haben einen. Oh, nice, nice. Nice, white. Okay, jetzt müssen wir pushen. Da popst hier irgendwas rein. Das dürfen wir nicht. Oh, nice. Wieder Crack. Und. Plap. In meine Box hinein. Danke für den Loot, Bro. Ey, wie lange ich hier unten nicht mehr war. Ich weiß noch, damals da drinnen, die ersten Turniere, was hier waren auf der Map, das war so geil. Ich bin immer in den Bereich gehandelt und ich war immer auf diesem Berg oben und hab mir eine Base gebaut. Genau bei dem Stein. Ich hab immer diesen Stein abgefarmt. Das waren so geile Zeiten. Oder hier dieser Wald. Ist hier ein Camper? Oh, hier ist ein Camper. Ey, warte mal, ich spiel schon gegen zwei. Die teamen schon wieder, die Spinner. Ja, einer weniger. Und irgendwo ist noch ein zweiter. Lauf, 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 lauf. Digga, der ist im Boden drin, der Spinner. Komm mal raus, da. Was ist denn das für eine Scheiße? Bleib mal drin, da. Ist das da? Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Okay, wir haben uns beide auf jeden Fall schon gesehen, das ist ein Team. Das heißt, ich spiele wieder eins gegen zwei. Jetzt wird es hier ein bisschen krass. In diesen ganzen Teamern. Aber mach mal, wie damals, Double Layer. Da bin schon Connected. Das bringt schon gar nichts mehr, dass das fließt. Jungs, ich bin oben bei euch. Und jetzt kann es gleich krachen. Okay, ist krach, glaube ich, bei mir. Nein, ich mach den Edit falsch auf. Digga, wieso teamt man denn nach drinnen? So, dann in Tomato Town. Und raus. Und in Lobby rein. Danke fürs aufmachen. Was ist hier? Digga, was ist das hier für eine Scheiße? Was ist das für ein Geistgangabag? Oh, Junge, dieses Versteck hier ist auch so legendär. Ja, es ist so ein OT Versteck hier, die zwei Kisten drin. Warte mal, hier kommt einer. Da bist'n du. Hey, was bist'n du, Finstico? Warte mal. Warte mal. Komm, meiner. Wir kommen hier. What the fuck? Bam. Bam. Oh, mich will gesnaipen nennen. Das ist nicht gut. Oh Gott. Ich gehe sehr geil, sehr geil, sehr geil. Frag und irgendwo snaipen mich hinten an. Wo ist der? Lecker. Komm auch los. Sehr gut. Habe ich auch mal einen guten Ping und kriege ich den Ball. So will ich das sehen. Stark. Oh. Warte mal. Oh. Ja. Und da gehen wir rein. Oh, nee. Nee, nee, nee. Das war's nicht. Du wirst ein 116er-Snipe pressiert, dann piekt man eigentlich nicht mehr. Du wirst mal safe healen. Aber du hast sogar einen Mad-Kit. Warum machst du das nicht? Oh, noch einer. Black Knight. Oh, jetzt wird's gefährlich. Oh, oder auch nicht. Weil ich einfach der beste Sniper bin, Junge. Wer ist Raskology? Wer ist das? Ich bin der beste Sniper. Digger. 3, 2, 1. Pick. Ah, schade. Fass erwischt. Ich glaube, du musst Zone rein, mein Bester. Du musst Zone. Aber ich auch. Bist du Zone im Nacken? Lauf. Ach du Scheiße, sterbe ich an Zone? Jetzt machen wir einen richtigen 31er-Move und campen mal den Typen, der noch reinkommt. Da muss irgendwo noch einer kommen. Guck mal. Oh mein Gott, der kennt die ganze Zeit hier. Gott sei Dank hat die Waffen geswitcht. Ich hätte ihn fast nicht gerafft. Einmal 30er-Pump mal kennen. Oh ja, oh ja, ja. Zweimal 30 und dann kommen die Bombe hinterher. Sehr geil. Ich hätte es gerade wirklich nicht gerafft, dass der Inseln ist. Gott sei Dank hat er die Waffe geswitcht. Okay, den haben wir. Sehr gut. Inseln sind wir auch hier, glaube ich. Ja. Haben wir da oben noch einen Stinker? Fuck. Wir haben da auch noch einen Stinker. Fuck. Ja, let's go. Wird eben aufgeräumt. One-aimt er ab. Warte mal. Guck mal den hier an. Boah, der war clean gewesen. Der wäre clean gewesen, wenn ich den getroffen habe. Warte mal, ich habe keine Mets mehr. Ich glaube, ich bin tot gerade. Ich glaube, ich sterbe hier in der Situation. Das ist big für mich gerade. Oh, let's go. Holy shit. Der war richtig wichtig. One-on-one-situation. One-on-one. One-on-one. Das ist ganz schön der Loot von dem. Der Mets hat... Ja, gut, der Mets hat ein paar Mets zumindest. Nicht viele, aber ein bisschen was. Ey, die Zone funktioniert actually. Das ist richtig geil. Ich habe gerade eben schon das Video aufgenommen und hat die Zone noch nicht so geil funktioniert, so wie jetzt. Die haben das geupdated, glaube ich, gerade eben. Okay, okay. Wir haben eine one-on-one-situation. Das ist eigentlich die Frage. Poppe ich mir den Jiggy-Jugger? Dexter, da poppe ich ihn nicht. Oh, ja. Tone gewonnen. Easy. Geile Runde. Was haben wir? Zwölf Killwinnen. Ja, nehmt mal mit. Easy, let's go. Ich hätte zwar noch Bock gehabt auf den letzten Fight, aber war in Ordnung. Gute Runde. Like und Folle nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.